und und es gibt auch nur 50 reich das reicht und trichter was willst du damit ins maul hauen ich hau dir in den und was da oben er hat nur mit der einstellung nicht wirklich was gestimmt was er so umgespackt hat aber was hast du eigentlich auf normal oder auf easy wie sie giezie wie sie für die lusche easy-peasy bist du für eine lusche ganz ehrlich jetzt mal mal hallo ich mach das hier das ist mich echt gering oder glas treppen gehen ja noch nicht ne schade eigentlich dann brauchen dass es überhaupt mal gehen würde stimmen klar meinst du doch ich glaube mal schon würde es in echt gibt es das ja nicht gibt es da bestimmt auch so so wie ich das gerne hätte dann den muss ich hier entfernen, das alles auch. Kommt eh keiner drum herum. Da kommt die Linie rein, dann kommt da Linie, dann kommt ein Ding frei, okay. Ach, das ist doch lieber. Ehrlich jetzt? Was denn ehrlich? Ja, passen wir den Höhlen da drunter. Warum? Geht's nicht? Ja, ist das schwierig auf der Karte. Du armer Junge, ich werde dir Mitleid spenden. Glaub ich dir nicht. Äh, das ist doch echt. Ach komm, ich halte da nicht die Treppe bei uns, sondern den Scheiß blocktet. So, dann machen wir nämlich hier. Was ist das denn? Das passt gar nicht. Da hab ich doch irgendeinen Fail drinnen. Du laberst aber auch einen Scheiß. Ach komm, ich kann Scheiß haben, aber du wärst langweilig. Ja. Meinst du? Oh ja. Dies gab bleiben. Aha. Nur dies nicht. Tupidubidu. So. Nur dies nicht. So und so. Jetzt hab ich nämlich Glas, jetzt kann ich nur nicht gucken, ob da Hühner drin sind. Das ist eine Barille eigentlich. Ne, ne. Ne, ne. Queech, queech, queech. weil du findet die man wirklich wo die sind ja und musste da einfach drüber drunter sein dann kannst du das eigentlich schon ausfindig machen jucke die kopf jucke die kopf die kohle so mal gucken nee dann mach ich dann da hinten rum ja glas und dann schmeiß ich die ersten wieder schon mal rein ja ich weiß was ich machen werde wird mal gucken ob die mats auch für 17 nach dem neuen schon sind und wenn ja dann will ich auf 719 warum da ist das auch schon drin was du den verzaubern oder holst du dann updaten okay ist auch eine super aussage weil vielleicht spackt meine version nämlich um glaube ich nicht das die glaube ich nicht glaubst du nie was so so reicht eigentlich noch spinne er kommen ja ich bin jetzt gut hier gestern danke das ist aber sterben man weiß mal provisorische fackeln das machen wir hier so fertig das ist das jetzt bin ich am überlegen am besten nicht draußen weil dann könnte ich sterben ja ja das stimmt doch so ach komm jetzt haben wir verpisstig mal grad überlegen was ich noch machen muss für ein paar Sekündchen ach so jetzt kommt der nächste kandidat kandidat turnschuh ah da ist die hölle na komm schon ich hab sie gefunden so um überlegen was mache ich jetzt farm habe ich farm habe ich kühe können die umsetzen das für die hühner baue ich gerade auch das könnte man noch bauen centos also nicht bim 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 was ist der tonlau ich dachte ich den flash am besten mhm nein doch mhm selbst gelett mhm jetzt ist auch noch in der wäber ich könnte eigentlich in die hölle reingehen ja eigentlich ja paar röser klatschen dann nehme ich das essen mit das nehme ich mit mhm schaufel brauche ich unbedingt nicht das steht fest achse brauche ich nicht die schaufel ich kann cobblestone mitnehmen zum bauen da hinten das kann ich machen ne spitzhacke 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 ja schon wieder wieso so ist gegessen aber ich komme was du essen es gleich was denn ich glaube es ja nicht so einen schaden das geht gar nicht mehr ja jetzt will ich mich doppelt gut hingelegt so zack fünf haben wir noch vier dann versuche ich wieder und hoffe dass ich mit drauf krieg wenn ich gut fahren gehen nach ja ich finde lapp ist lapp ist machen dunkel werden lassen so viele verteilen geht gar nicht ich habe auch nicht genug kohle ich habe uns von nur mehr als so kotzikack vor allem kotzikack herrn ist klar aber doch ein mist ich bin ja noch weiter und da ist für meine gegner von mir cool ich bin ja immer gespannt wie lange vielleicht schon zuhört also noch gar nicht da kommt er ja man hört ja immer wenn er kommt nein für scheiße hast du wieder gelabert ja keine nein willst du nie machen ne ich doch nicht wieso auch in jeder Aufnahme die ich bei dir immer oder beziehungsweise reingucke du bist bekloppt bist bescheuert welche scheiße vielleicht hat ein schaden bist ja auch scheiße was denn ich hatte hunger ja aber das ist jedes mal selten als bei dir ja ich kann nix dafür ich bin halt verfressen ich muss aber auf jeden Fall gleich erstmal was trinken ja mach doch ganz ohne witz was sind wir für let's player wir sind doch keine let's player wir sind nur einfach hobbymäßige Aufnehmer wusstest du sagen dass Kriper schweben schweben wusstest du sagen dass Kriper schweben nö ja die schweben aha und ich wollte gerade sagen wir sind einfach nur hobbylose Affen mhm eins muss ich sagen dieses Paprika Baguette mh ist das geil so was von behindert so was von behindert hi Kriper ach hi eiflich mhm ach ja wusstest du eigentlich wenn ich kaue nein okay noch so ein bisschen ja ist egal boah das muss kriegen mach doch hindert dich doch keiner dran ich glaube hier mach ich noch ne Kiste hin ne dass die mich nicht wundern warum ich stehen bleib ach der soll sich schon wundern wenn ich für zwei Minuten mir was essen zohle oder drei Minuten brauche zum äh Zeitung lesen ja aber was kann ja ist klar Flash wir wissen alle dass du mich knall hast aber kein knall was kein klein ne hap ich nicht nein Dunder nicht주ksam min bin du hab ich nichts SÜVAS h Und du minus Ich mobb dich tu mobbs mich Du Clubb´s mich Wir alle mobben uns Ich pisst dir was ins Gesicht So has H Und du bist durch das boys H Und du bist los x白費 s last Irrin ein Part hab ich so genannt Irrin ein Teil hab ich so genannt ich glaub das war von Beklapp-Projekt Ich glaube auch gesungen. Ich mobb dich, du mobbst mich. Ja, ich glaube das war nämlich davon, deswegen kam ich auch darauf wieder. Und da habe ich genannt, ich, du mobbst mich, ich mobb dich oder irgendwie so war das. Komm, wir machen unseren eigenen Song, okay? Ja. Ich mobb dich, du mobbst mich oder was? Mhm. Warum nicht? Ich mobb dich. Ich habe keine Rüstung. Ah, bin ich bescheuert. Was bist du in meiner Ahnung? Ich habe auch keine Rüstung. Fällt mir gerade so ein. Ich hätte meinen abgelegt. Ah, da ist die... Ich war es nicht. Ja. Was denn? Frauen sind dafür gut. Wollte gerade sagen, da ist die Höhle, aber da ist nicht schlucht. Ist schlucht. Jetzt hast du ein Ohrwurm, ne? Nein, nicht wirklich. Der Centus liegt im Bett. Ne, es ist Nacht und eiskalt. Und der Flash ist so fett. Centus liegt im Bett. Ja, der Centus liegt im Bett. Ja, von oben geloben. Sieht ihn ein Skelett. Ja, weil Centus liegt im Bett. Centus liegt im Bett. Das Skelett schießt in Richtung Centus ein Bett. Bett, Bett, Bett. Ja, das ist echt so ein Schaden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Ähm, ein Buch. Ging mit Weid, auch mit diesen komischen... Ja, und mit Leder, ne? Ja, und mit Leder, ja. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Papier, ja. Sag doch, frag doch gleich, was ich kann. Was ist die Höhle jetzt? Meine Fresse, ey. Weiß er nicht. Hör du hier rum? Hüpfen? Wahrscheinlich über mir. So, jetzt mach ich mir noch eine Rüstung. Oder nicht unter mir. Ach, falsch. Äh. Boah, ey, wie das nervt. Zack. Du mobs mich, ich mob dich. Ja, wir mobben uns und machen uns gegenseitig ins Gesicht. So. Die Bücher nehme ich nicht mit. Ich mach noch den Level 19 weg. Man sind hier ja viele Monster. So, das reicht. Ah, Lapis. Lapis. Das macht ihr, glaube ich, ins Gesicht, das Lapis. ja ich glaube ja doch ja doch 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 okay wenn du meinst ja noch 30 ja das voller monster in den höhen ja das ist aber normal in dem ding waren zombie und skelett und welchen ich werde nix sagen aber sieht einfach zu geil in der hölle aus wenn es so dunkel ist und mit der nur mit dem cluster mit der lava sieht fett aus finde ich muss doch immer da unten und 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 und